Herzlich Willkommen im Kreuz Wohlen! Verbringen Sie gemütliche Stunden im schönen Gasthof von Doris und Peter Czannen und lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen. Bei uns sind Sie immer gut aufgehoben fürs Familienessen, die Hochzeit oder den Firmenanlass. Im weitläufigen Spiel- und Familienparadies können Kinder nach Herzenslust herumtollen und an der Buvette Giardino gibt's nach dem Boccia-Spiel auch für die Erwachsenen eine feine Bratwurst. Selbstverständlich finden Sie bei uns auch eine moderne Kegelbahn für höchste Ansprüche. Unser traditionsreiches Haus wird bald von der 13. Generation geführt. In der schönsten Gaststube und in den gemütlichen Sälen serviert unser freundliches Personal Speis und Trank für alle Bedürfnisse und für jedes Portemonnaie. Von der Wehrschaften-Berner-Platte bis zum Gourmet-Menü mit dem passenden Wein und Schnaps dazu aus dem großen Keller und in der Kreuzstube dürfen Sie in aller Ruhe eine Zigarre geniessen. Alte Gegenstände wie das Gewehr an der Wand erinnern an die Schlacht bei Neueneck gegen Napoleon. Damals entstand hier in unserem Gasthof die berühmte Berner Platte. Im alten Schützenhaus ist unser Partylokal. Mit Bar, Küche und Massenlager ist es bestens gerüstet für fröhliche Feste. Gasthof Kreuz Wohlen. Feiern. Festen. Genießen.